No, Sandstorm. Hier gut, hilft auch nicht wirklich. Also in der Zwischenzeit, ja, habt ihr es ja im Zeitraffer gesehen, ist nichts passiert. Absolut nichts. Keine einzige Rolle Plastik herstellen, was ein wenig frustrierend ist. Wird produziert 51%. Das heißt, wir bräuchten eigentlich nur einen Arbeiter, der hierher kommt und das macht. Aber ich habe irgendwie Verdacht, dass alle die, die einen Knochenbruch haben, Arbeiter sind. Und wir keinen Arbeiter haben, der noch fit ist. Was bedeutet denn, wer würde, dass wir niemals Plastik bekommen und jemals in den Krankenstationen und damit niemals jemanden heilen können? Wir müssten also Arbeiter importieren oder Plastik, eins von beiden. Sonst geht es nicht weiter. Ja, Arbeiter, Arbeiter, das sind die beiden Verletzten. Hier, du bist ebenfalls der Verletzter, also drei verletzte Arbeiter. Wir haben, ich glaube, vier. Ja, vier Arbeiter. Also die gesamte Kolonie wird gerade von einem Arbeiter gemanagt. Und das Bett breche ich mal ab, damit die Ressourcen da nicht hingehen. Metall haben wir auch keins. Aber ich breche dich ebenfalls mal ganz kurz ab, damit der Arbeiter nicht noch mehr verwirrt ist. Also es muss wirklich nur eine Sache gemacht werden. Eine einzige Sache, und das ist Plastik herstellen und das da. Kann durch den Sandsturm ruhig bei vielfacher Geschwindigkeit überleben. Ja, kriegen Schaden draußen. Während des Sandsturms. Aber überlebt, alles gut. Noch irgendjemand verletzt? Nö. Okay, dann würde ich sagen, wieder Zeitraffer Zeit, bis irgendwann mal Plastik hergestellt wird. Also bis gleich. Oh, ein Handelsschiff oder ein Kolonistenschiff? Handelsschiff. Was hast du denn? Nix hast du. Nix von Wert hast du. Eck. Das ist doof. Wie hätte ich das verhindern können? Ich hätte von vornherein die Krankenstation früher bauen können. Aber. Ja, nichts aber. Ich könnte das Biodom recyceln. Das klingt gar nicht so schlecht. Das Kontrollzentrum eigentlich auch. Die Waffenkammer. Was kostet die Waffenkammer? Metall. Bringt mir nix. Ja, ich recycle mal das Biodom. Ja. In der Hoffnung, dass dann das Plastik für die beiden Betten genutzt wird, die Arbeiter geheilt werden und dann alles wieder seinen geregelten Gang lang läuft. Sehr gut. Plastik wird schon abtransportiert. Hierhin, 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 hierhin. Kommt ein kleiner Roboter. Lass dich nicht irritieren. So. Ja, sehr gut. Jetzt muss nur noch ein Ingenieur, glaube ich, da hinkommen und das aufbauen. Ingenieur. Ja, Ingenieur ist gebaut. Okay, wir haben jetzt ein Bett. Das heißt, der einzige Arzt, den wir haben, sollte jetzt zu tun haben. Gibt es hier irgendwie ein Tooltip, wie lange das dauert? Wird von Longbowen verwendet. Zweites Bett. Ah, da ist der Arzt. Werkel, 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 werkel. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und ein Arbeiter mehr. Okay. Damit müsste jetzt dieser ganze Stillstand eigentlich behoben sein. Und wir können jetzt, sobald die Ressourcen nach und nach reintudeln, auch wieder anfangen zu expandieren. Zum Beispiel werde ich hier gleich noch so einen Plastikhersteller hinbauen. Damit das auch regelmäßig gemacht wird. Wobei die Anzahl an Geräten nicht wirklich dafür sorgt, dass es mehr wird. Eigentlich könnte das Ding alleine komplett alles an Stärke umwandeln zu Plastik. Aber es kommt halt keine Arbeiten. Weil nicht genug Arbeiter da sind. Aber das Problem lösen wir auch gleich. Ich sollte nochmal bei der Landerlaubnis einstellen, dass... Doch nicht so viele Ingenieure kommen. Oder mehr Arbeiter. So. Problem ist nur, dass wir kein anscheinend sehr interessantes Ziel sind für Kolonisten. Deswegen kommen keine Schiffe. Aber ich hoffe mal, das regelt sich bald. Sagt die Übersicht. Na doch, wir sind jetzt wieder gut. Aber unser Ansehen ist runtergegangen. Das war schon mal auf über 30. Komm schon, Kolonisten, Kolonisten. Ja. Aber ich werde nicht darüber informiert, wer das ist. Was? Bitte wie? Okay, wir haben jetzt Leute bekommen. Keine Ahnung wer. Keine Ahnung, was für eine Klasse die haben. Und wir haben keine Ersatzteile mehr. Das ist ein Problem. Das sehe ich ein. Machen wir wieder runter die Geschwindigkeit. Baue hier das Plastikding in der Hoffnung, dass es dann auch genutzt wird. So. Und jetzt bräuchten wir was, was her steht. Also Ersatzteile dieser Fabrik. Mine, Wassertank, Leineplatz, Raum, Hafen. Nein. Krankenstation, Lager, nein. Bar, Multidum, Fabrik. Da? Okay, bau da das Ding hin. Plus, 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 plus. Bioplastikprozessor wurde gebaut. Bioplastikprozessor? Ach so, dass ein so Ding hergestellt wurde. Ja, das musst du mir nicht extra sagen. Danke. Ich muss nur wissen, dass wir bald Ersatzteile herstellen können. Also ich hoffe, dass die Fabrik dafür da ist, Ersatzteile herzustellen. Sonst wird es ein wenig problematisch. Na gut. Es erhält sich immer noch. Mal gucken, wie das jetzt mit den zwei, drei Kolonisten mehr wird, die wir jetzt haben. Also ein Arbeiter war dabei und eine... Nein, 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 nein. Landerlaubnis, Kolonisten, aus. Aus, aus, aus. Gut. Tipp, Herstellungsgrenzen. Im Produktionslimitfenster kannst du die Höchstgrenze für die verschiedenen prozessierbaren Güter festlegen. Wenn du das Limit für ein Gut erreicht hast, wird es nicht weiter hergestellt. Okay. Erstmal Landerlaubnis, genau, kein Kolonisten mehr. Weil wir kein S mehr haben. Es kamen nämlich eben gerade nochmal Wachen an. Wir haben jetzt zwei Wachen, die wir gar nicht brauchen. Und ich weiß nicht, ob ich Leute rausschmeißen kann aus der Kolonie oder nicht. So, Waffenkammer ist aktiv. Das heißt, theoretisch könnte da jetzt jemand arbeiten, wenn er... Nee, da wird eine Waffe eingelagert. Das Kontrollterminal, da könnte jetzt eine Wache arbeiten. Aber das will ich ja auch nicht. Geh da hin, stell Produktionslimits ein. Arzneimittel, Infinite. Nee, das klingt eigentlich alles gut. Weil ich kann alles davon vertauschen. Nö, mach mal. Fabrik. Du, stell mal hier... Ersatzteil, Werkstatt. Da. Ja, ja, ja. Arbeiten wir dran. Halbleiter und Waffen. Ich denke, wir werden nicht genug Metall haben. Ich baue erstmal nur das Ersatzteil-Ding und dann gucken wir. Ich wollte eigentlich lieber einstellen, dass nicht so viel Stärke und so weiter produziert werden soll. Also das beschränken. Nicht, weil wir die Stärke nicht brauchen, aber es wäre halt praktischer, wenn Leute irgendwas anderes machen würden. Wobei, das sind Biologen, die machen nichts anderes, als da zu arbeiten, richtig? Richtig. Also Ersatzteil, Werkstatt wurde gebaut, das ist gut. Essen geht stetig runter, das ist nicht ganz so gut. Und wer arbeitet jetzt hier? Auch ein Arbeiter oder irgendwas anderes? Handelsschiff. Was haben wir hier? Hier haben wir alles Mögliche. Okay, ich würde gerne tauschen. Was ist das? Patent für Kolossal-Modul. Nee. Ich würde gerne meine Stärke vertauschen, die brauche ich nicht. Und dafür hätte ich gerne Essen. Das klingt ein bisschen komisch. Aber ja, ich denke schon. Ah, Kommission ganz vergessen. So. Handeln. Danke. Meine Hoffnung war eigentlich eher, dass ich auch so viele Ersatzteile herstelle, dass dann wir die Ersatzteile vertauschen können, weil die waren recht wertvoll. Aber bisher kommt kein einziger an und arbeitet hier bei den Ersatzteilen. Weil die alle mit Transport beschäftigt sind. Ja, okay. Ich habe auch noch keine Möglichkeit, die MedKids herzustellen, die Arzneimittel. Die werden anscheinend nicht in der Fabrik hergestellt, sondern im Labor vielleicht. Einrichtung zur Herstellung von Arzneimitteln. Ja. In der auch synthetisches Fleisch eingebaut werden kann. Ah, okay. Die sind auch einigermaßen am Werk und das Essen ist einfach auf der Landebahn liegen geblieben. Gut. Ah, und da. Ah, Ingenieur. Okay. Und hier ist die Arbeit. Also Arbeiter arbeiten an der Veredelung von Erz zu Metall und von Stärke zu Plastik. Und Ingenieure arbeiten in der Fabrik an der Herstellung von Halbleitern, Ersatzteilen und Waffen. Jut. Die Ressourcen gehen auch langsam hoch, das ist gut. Ich bräuchte bald eventuell eine größere Kantine, oder? Für noch mehr von den Essensfertigern? Ne. Es sind immer noch genug Essensfertiger. Muss ich mich jedes Mal daran erinnern. Es sind genug Essensfertiger, es sind noch nicht genug Leute, die damit arbeiten wollen. So, das schafft Ersatzteile. Äh. Oh, es werden jetzt mal zwei hergestellt. Das ist praktisch. Okay, die lassen wir also so werkeln, das ist okay. Du da hinten brauchst ein Ersatzteil und wir haben zwei. Und es werden gleich neue hergestellt. Hm. Labor bauen oder nicht bauen. Das Biodom sollten wir eigentlich auch wieder aufbauen. Nicht unbedingt für Essen, sondern für die Heilpflanzen. Die baut man, glaube ich, auch im Bioman. Ja. Wofür ist das da? Ein normaler Kiefer produziert tagsüber Sauerstoff und braucht etwas Sauerstoff in der Nacht. Die Kolonisten können sich durch den Anblick entspannen. Ha. Also wir könnten noch ein Biodom bauen mit... Einmal Heilpflanzen. Einmal vielleicht irgendwas anderes Essensartiges. Und Restbäume. Also einmal Eiche, einmal Kiefer. Damit die Kolonisten gut drauf sind. Was haben wir hier? Ein schönes Handelsschiff. Allerdings nix zu vertauschen. Anscheinend wollen die keinen Erz haben. Gentomaten-DNS. Nee, danke. Bioplastik vertauschen. Nee. Nee. Frei beruflicher Nahrungsmittelhändler. Kann man irgendwo angucken, wie seine Moral ist? Oder wie sehr er uns mag? Weg. Warum arbeitet hier keiner? Fabrikkomponente, wo er Ingenieur Ersatzteile herstellen kann? Ja. Okay. Du baue mal... Was? Halbleiter. Und Waffen. In der Hoffnung, dass irgendein Ingenieur sich dazu veranlagt, sieht, irgendwas davon zu bauen. Sonneneruption steht kurz bevor. Das heißt, die Solarzellen deaktivieren? Ich mach einfach mal. Nicht, dass die irgendwie ausbrutzeln oder so. Da wird fleißig gebaut. Sehr gut. Oh, das wird echt hell. Funkantenne. Ich such grad irgendwas, womit man Roboter bauen könnte. Was ist denn? Multidom. Multifunktionales Freizeit- und Fitnessgebäude. Achso. Ja. Könnte man auch noch bauen. Genauso wie die Bar. Robotikeinrichtung. Ah, das wird's sein. Ja. Ziemlich sicher. Ich glaube, ich baue das als nächstes. Könnte man sogar in Groß bauen, aber nein. Baut dich mal in die Richtung weiter. Verbinde dich damit. Und kannst ruhig schneller. Zip, 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 zip. Der Solareruptions-Ding ist vorbei. Gut. Dich an, dich an. Und es kann sein, dass dadurch irgendwelche Gebäude beschädigt wurden, aber irgendwas Großartiges nicht passiert. Ob die Solarzellen jetzt wirklich hätten ausbrennen können, habe ich keine Ahnung. Könnte ich nächstes Mal ja testen, aber... Oh, Verstrahlung. Ah, okay. Das passiert also bei einer Solareruption, wenn Leute draußen sind. Werden verstrahlt. Robotikeinrichtung wurde gebaut. Wow, das ging nicht schnell. Dann bitte einmal verbinden. Von irgendjemandem. Verbindung gebaut. Conrad Jimmins ist an Strahlung gestorben. Oh. Nicht, dass ich wüsste, wer Conrad Jimmins ist oder was sein Job war. Aber das ist ärgerlich. Das war ein Ingenieur. Ingenieur. Okay, wir brauchen jetzt alles außer Wachen. Ne, eigentlich brauchen wir mehr Ingenieure und mehr Biologen. Das heißt, ich gehe mal auf Landerlaubnis. Stell Kolonisten ein. Mach Arbeiter runter. Mach Wachen runter. So. So sieht gut aus. Okay. Ist wieder aktiviert. Weil ich hätte gerne mehr Ingenieure für mehr Ressourcen zum Tauschen mit Handelsschiffe bekommen. Ich hätte gerne auch einen Backup-Arzt, falls der andere Arzt durch irgendwas stirbt. Das würde mich ärgern. Ich hätte nämlich gar keinen Arzt mehr. Und was war das andere? Biologen für mehr. Also nicht unbedingt das Essen abbauen. Nicht die Nahrung abbauen, sondern die Automaten hier nutzen. Ach, das macht gar kein Biologe. Äh, ja, okay. Das ändert nochmal alles. Biologen weiter runter. Ingenieuren hoch. Okay. So. Das wurde gebaut. Bau bitte. Ingenieur-Boards bauen. Hier werden Boards automatisch repariert. Oh, das braucht Halbleiter. Äh, ja, nee. Das essen wir noch nicht. Dann bau bitte den. Und Handelsschiff ist da. Was hast du denn Schönes? Viel Zeug. Wir haben allerdings nicht viel Zeug zum Tauschen. Um nicht zu sagen. Gar nichts. Wir haben auch bald kein Essen mehr. Nee, tut mir leid. Muss gehen. Wohin verschwinden die ganzen Ressourcen? Ja, Ersatzteile werden hergestellt. Wir werden auch fast genauso schnell verbraucht. Bot-Werkstatt wurde gebaut. Okay. Du. Bau Transport-Bot. Transport-Bot braucht Halbleiter. Halbleiter könnten theoretisch hergestellt werden. Und werden auch schon hergestellt. Sehr gut. Wird von Julien Lundler bedient. Das heißt, Halbleiter wird gebaut. Mit dem Halbleiter wird der Transport-Bot gebaut. Und seit wir Transport-Bots mehr haben, haben die normalen Arbeiter mehr Zeit, was ordentliches zu machen. Wie zum Beispiel hier die Dinger zu bedienen. Das klingt soweit gut. Okay. Ich denke, ich mache jetzt einen kleinen Cut. Wir kommen ja langsamer stetig voran. Auch wenn wir zwischendurch diese Ruhephase da hatten. Aber das war primär, weil zu viele Leute angeschlagen waren. Ich hätte nicht gedacht, dass eine Verletzung sie komplett lahmlegt. Dass sie nicht mal mehr das Plastik herstellen können, um sich selbst indirekt zu heilen. Aber gut. Ist halt so gewesen. Bis gleich.